Hi, wir sind Scotty und Malte und wir wollen gemeinsam mit dem deutschen Jugendherbergswerk Scavenger Hunts in deutsche Jugendherbergen bringen. Scavenger Hunts, das sind moderne, app-basierte Schnitzeljagden, bei denen die Kinder und Jugendlichen nicht nur coole Abenteuer erleben und unglaublich viel Spaß haben. Nachhaltigkeit, Umwelt und Naturschutz sind zentrale Faktoren bei allen unseren Events. So wollen wir möglichst viele junge Menschen erreichen und sie gleichzeitig für die Probleme der Zukunft sensibilisieren. Handeln wir jetzt, bevor uns das Wasser bis zum Hals steht. Hals, 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 Hals.